Hotel Zeritzene Hotel Zeritzene, guten Tag, wo mich kann ich dienen? Guten Tag, hier ist Nullen. Ich möchte ein Zimmer in Ihrem Hotel buchen. Welches Zimmer möchten Sie? Ich möchte ein Standard-Doppelzimmer für 5 Nächte, vom 1. bis 6. Februar. Haben Sie ein freies Doppelzimmer für diese Zeit? Moment. Wir haben ein Zimmer frei. Aber sagen Sie mir bitte, gibt es im Zimmer eine Minibar? Ja, natürlich. Das Zimmer hat eine Minibar. Dort stehen immer zwei Flaschen Mineralwasser, eine Packung Saft, Tee, Bier, Cola und liegen zwei Tafeln Schokolade und andere Snacks. Sehr gut. Hat das Zimmer auch freies Flan? Ja, kostenfreies Flan steht Ihnen in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen zur Verfügung. Sagen Sie mir bitte, hat das Zimmer einen Safe und wie groß ist das Bett? Leider, im Zimmer gibt es keinen Safe. Aber Sie können Ihre Wettsachen an der Rezeption im Hotel Safe auch bewahren lassen. Das Bett im Zimmer ist sehr groß und bequem. Und noch eine Frage. Welche Toilettenartikel gibt es im Bad? Da stehen Ihnen zur Verfügung Shampoo, Gel, Seife, Zahnpasta und Zahnbürste. Auch finden Sie dort einen Fön, Pantoffeln, Bademantel und sehr weiche Handtücher. Ach so, das gefällt mir sehr. Ich nehme das Zimmer. Also, Frau Müller, Sie bleiben bei uns vom 1. bis 6. Februar in einem Standard-Doppel-Zimmer. Alles ist richtig? Ja, danke. Bitte schön, wir warten auf Sie herzlich in unserem Hotel Zeritzene. Danke noch einmal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.